Ja, moin moin Leute, euer Zero hier und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Outer Worlds mit Zero verkauft Sachen an den Idioten. Ja, verkauf mir was. So, was ist zum Teufel? Zugangsbeschränkte Waffe, Großvisier, Fernkampfwaffen, oh. Er hat den Schaden nach der Rüstungsdurchdringung. Das brauche ich auch noch. Ich kann den nicht wegwerfen, oh Gott, was ist das denn? Schwere Munition. Ich will das. Unbedingt. Und deswegen verkaufen wir jetzt ein paar Sachen. Das finden wir eh wieder. Komm, scheiß drauf. So. Dann kommt der scheiß Alkohol weg hier. Braucht kein Alkohol. Bier. Für Hochnäsige. Bonus auf Kopf- und Schwachstellentreffer. Oh mein Gott. Okay. Das brauchen wir nicht. 19 Bits. Ah. 30 Äpfel. 38 krieg ich dafür. Ne. Das ist meine Hauptnahrungsquelle. Grundleben. Grundleben. Das ist ja alles nichts wert. Er muss zeuglos werden. Rüstungswert. Körperattribute. Brauche ich auch nicht. Grundleben. Das ist mit Wasser. Koffein. Scharfschützenkritischer. Ah, das ist gut. Oh. Begleiterfähigkeit. Ah. Tschüss. Okay. Was bringst du mir? Grundleben. Okay. Vielleicht so ein Rüstungsmod noch verkaufen. Du bringst auch nichts. Kritischer Schaden. Alter. Oder ein Schalldämpfer. Aber ich glaube, der Schalldämpfer wird wahrscheinlich nichts bringen. Verkaufen einfach mal. Es wird, glaube ich, reichen, wenn wir einen verkaufen. Komm. Ja. Gib mir die Waffe. Oh. Ich habe die Waffe. Ja. Ja. Weg mit dir, du Ollerlappen. Nice. Uh. Mit Visier. Ist doch geil. Okay. Zeit, einen Mod drauf zu tun. Wo ist die Mod-Maschine? Ich habe die Waffe. Ja. Ich hoffe, ich habe irgendwo ein Lagersystem zu Hause. Damit ich das auch einlagern kann. Weil ich sammle gerne solche Sachen. Das müssen Entwickler immer bedenken. Der Zero sammelt gerne Sachen. So. Die kann ich gar nicht verbessern. Ihr seid legendär wahrscheinlich. Mit Wegen. Was können wir hier machen? Schussgeräusche. Mal versuchen. Das könnte funktionieren. Das könnte ernsthaft funktionieren. Dass ich damit rumschleiche. Oh, wenn das funktioniert, Leute. Dann bin ich der glücklichste Mensch aller Zeiten. Okay. Alles klar. Wir gehen jetzt mal rüber. Und testen mal unsere hübsche neue Waffe. Hier, die hier. Aber die anderen müssen wir erstmal noch verkaufen, ne? Das Geld ist Gold wert. So. So. Wo ist sie hin? Wieso kann ich die nicht verkaufen? Willst du mich verarschen oder was? Willst du meine Sachen nicht haben? Sind sie dir etwas zu schade? Achso, nee. Das waren seine Sachen. Yay. Okay. Alles klar. Was bist du? Nahkampf. Nahkampf brauche ich gar nicht, ne? Nahkampfwaffenhaltbarkeit. Angriffsgeschwindigkeit. Na gut. Oh. Hallo. 12-Bit-Module. Äh. Wasser könnte ich noch gebrauchen, ne? Hast du Wasser für mich? Nein, hast du nicht. Ja, dann gut. Verzieh dich. Ich brauche dich nicht mehr. Vielleicht noch die andere Mod, die ich nicht kaufen konnte. Aber hey. Wir werden schon Besseres finden. Ich bin erstmal froh, dass wir jetzt einen Shotgun haben. Für den Nahkampf. Wobei das eigentlich... Das streut ja nicht gar nicht, ne? Ist das überhaupt? Ist das nicht Sch... Hä? Taktische Schrotflinte. Reichweite 6. Achso, ne. Magazingröße. Ha. Gibt's da keine Reichweite oder so? Oha. Na gut. Dann gucken wir mal, was wir damit anrichten können. Ich werde höchstwahrscheinlich sterben. Aber wisst ihr was? Wir machen das jetzt mal ganz anders. Und zwar drücken wir erstmal auf falsche Knöpfe. Gehen auf die Karte. Reisen kurz nach Hause, damit das Ganze abgespeichert ist. Und dann gehen wir weiter. Weil wir... Das ist genau in der Mitte unsere Quest. Und wir können mal die Waffe testen. Oh, das war die gar nicht, ne? Oh Gott, der hat sich eingegraben. Lass mich vorher speichern, bevor du gegen mich kämpfst. Falsche Waffe eingesetzt. Ich wollte die testen. Na gut, dann testen wir gleich die Schrotflinte. Aber schlafen wir erstmal eine Stunde. Dann ist er eine... Sechs Stunden schlafen kann ich nur. Ne. So viel verschwende ich nicht. Aber ich habe gespeichert, Junge. Jetzt komm her. Kriegst du aufs Maul. Hier. Da. Hier. Da. Oh Gott. Oh. Oh, der ist schon tot. Lol. Die Perlenkäse. Aber da hinten müsste ich eigentlich alles schon gelootet haben, ne? Ah, jetzt können wir die Viechers platt machen. Wobei die Schrotflinte war gegen den gar nicht mal so gut. Die habe ich alles schon geplandert, ne? Ja. Na gut. Es wird Zeit, den Planeten ein wenig zu erkunden. Jetzt, wo wir es können. Was haben wir denn da? Rüstungsteile. Huch. Lasst mich nur mal kurz die, äh, nein. Oh, die Waffe will ich haben. Beweg dich doch nicht. Komm, der steht gerade. Ah, ich liebe sie. Schwere Munition. Oh, nein. Oh, nein. Oh, nein. Oh, nein. Aber warum tut man mir das an? Ich habe sie alles verkauft. Hast du schwere Munition dabei, Bro? Oh, war klar. Was für Penner. Na gut. Gehen wir mal hier rein. Vielleicht finden wir da ein bisschen schwere Munition. Und ich meine, wir sind immer noch am Anfangsplaneten und hatten über 300. Ganz ehrlich. Weißt du, das ist ein bisschen kacke. Oh, schwere Munition. Danke. Wird doch nicht nötig gewesen. Wir finden noch eine Menge von dem Zeug. Oh, ich liebe es. Komm raus und spiele! Wie du lebst noch. Oh, die Waffe ist so geil. Aber ist ja... Das ist ja eine leichte Waffe, ne? Die schwere Munition verbraucht. Ich glaube, die Kombination... Hä? Was war das denn? Das ist ganz gut. Oh, damit werden wir sie jetzt alle natzen. Ein Jagdgewehr. Oh mein Gott. Oh, ich bin im Himmel. Mit Modul. Oh. Mr. Ouch. Nahkampf Waffenmod. Angriff erhöht den Schaden durch einen aufgeladenen Schlag. Ja gut, kann verkauft werden. Was haben wir so schönes? Energiezellen. Das knacken wir mal fix. Plasmaschneider. Also hier guckt man, wie schnell man hier an Munition kommt. Jetzt lasse ich mal kurz was gucken. So, Magazingröße 5. Schwer. Ah, leicht. Die Frage ist jetzt... Fähigkeit Langwaffe. Fähigkeit Hand... Äh, das ist eine Handfeuerwaffe, ja. Und wenn ich jetzt auf meinen Charakter gehe, auf Fähigkeiten, dann muss ich Handfeuerwaffe hoch machen, ne? Und keine schweren... Ah, das ist gut. Dann kann ich meine schwere Munition nutzen. Oh, ich liebe diese Spiele. Oh, bitte lasst mich sie einlagern können. Weil wir am Ende des Let's Plays unsere Güter begutachten können. Aber hier war doch irgendwo noch einer... Hey, der war am Feuer, ne? Hier war irgendwo ein Feuer. Okay, den habe ich ganz schnell gelootet. Da. Ne. Achso, das war der mit dem Jagdgewehr, ne? 66 Schaden. Ja, schwere Munition. Alles klar, die ist fast so gut wie die hier. Denke für nichts. Jaaa. Aber ich habe eine legendäre Waffe. Das reicht mir schon. Es ist mir egal, ob wir jetzt schon eine ähnlich gute Waffe gefunden haben. Muss ja keiner wissen. Vorsichtig. Ins Gesicht. Oh. Oh mein Gott. Er ist blind. Ich habe ihn geblendet. Nice. Oh Gott, er greift sich ein. Er weiß doch nicht, wo ich bin. Puh. Nee, jetzt hört auf, euch reinzubuddeln. Warum kommst du... Wie doof bist du denn? Da bin ich ja nicht mehr ansatzweise. Oh, die Waffe ist gut. So kommt man voran, Freude. Mit Diebstahl. Also Leute, denkt immer daran, wenn ihr irgendwo einkaufen geht, Diebstahl ist die Lösung. Ich will es euch natürlich nicht beibringen. Also macht es nicht. Nur wenn ihr müsst. Nur wenn es so etwas Legendäres gibt. Dann. So. Ich komme von hinten. Wieso seid ihr tot? Terror Rochenschnabel. Alles klar. Verkaufe ich. Danke. Noch jemand eine Organspende für mich? So, wenn ich jetzt noch ein Level abkriege Und dann auf 150 Tragenlast gehen könnte, Wäre das echt geil. So. Aber die sind hier ja nicht gegen mich, ne? Ich kann ja einfach hier reingehen. Wir sind ja Friends. Besten Freunde für immer. Da sind ja nur nette Leute drin. Was auch immer da ist. Na ihr Arschlöcher. Kennt ihr mich noch? Ich bin doch leise. Wieso seid ihr so stark? Es sind hier sehr kleine Vögel. Ich hasse Flugviecher, ne? In jedem Spiel sind das die assigsten, asozialsten Gegner aller Zeiten. Oh, da liegt ein Toterhund. Komme ich von hier aus rein? Ist das ein Knopf? Äh, ich muss noch einmal rumlaufen. Dann tun wir diesmal. Oh, hallo, Loot. Lange nicht gesehen. Was ist das denn? Da. Kannst du sterben? In den. Ich habe euch doch nichts getan. Ich dachte, wir sind Freunde für immer. Best friends und so. Kann ich da durchschießen? Ja. Asi-Move. 5000. Hey, Jungs. Gibt es hier die Granaten? Nein. Das ist die Schlagdaste. Was haben die für Probleme gegen mich? Ich habe denen nichts getan. Alles klar. Wie gut ist denn diese Waffe gegen euch? Du lebst immer noch. Die Waffe ist einfach der. Hör auf zu leben. Du könntest mir nichts anhaben. Warum auch immer die Gegend nicht sind. Ich habe eine Schlange erschossen. Okay? Tut mir leid. Seid ihr die Hüter des Lebens, oder was? Komm. Richtung Bauch. Das ist bestimmt die Schwachstelle. Ich möchte gerne gucken, ob die Schrot gegen die gut ist. Ja, ich müsste sie ja nicht aufrüsten auf Schock. Nicht so gut. Oh Gott. Komm, hier ist ein Friedhof. Kannst du sterben? Wärst du so freundlich? Okay, wir haben hier einen Friedhof. Der wird geplündert. Ja. Oh Gott. Was bist du denn für einer? Oh Gott, bist du groß? Oh. Du wirktest nicht so groß. Na, du wärst ein kleiner Hundi. Juwelenbesetzter Ring. Alles klar. Wurfballkarte. Cool. Glatt- und Gratlauf. Fernkampfwaffenmord. Lauferringer hat Rückstoß und Fadenkreuzschwankung. Nice. Automarkpistole. Die Sonne geht unter. Okay. Wir müssen echt aufpassen. Vom Weiten sieht das alles immer so harmlos aus. Weil ich dachte, dass wir... Da wären wir ein bisschen weiter weg. Da war ich so ein kleiner Mini-Köter. Äh, war leider nicht so. Leider nicht. Geben wir mal dein leichtes Sturmgewehr. Kann alles gebrauchen. Komm, wir von einer Scheiße in die andere. Ich weiß, wir sollten hier einfach nicht rumlaufen. Und ich muss... Ey, sind wir doch so oft vorbeigelaufen. Stirbschiff. Na gut, war ein Versuch wert. Wir sind hier so oft vorbeigelaufen. Haben es nicht gecheckt. Alles klar. Gut. Ihr habt ein paar Würgelchen getötet. Jetzt mag ich euch. Es tut mir leid, dass ich euch getötet habe. Ich mag die Dinger nämlich auch nicht. Bravo Hundis. Auch wenn ihr jetzt tot seid. Und zerstückelt. So, euch habe ich alle untersucht, ne? Was ist das? Soße. Kann ich kochen? Oh, nein. Ich muss mein Essen zusammen klauen. So, ich soll da rein. Wo kamen die Bots her? Was zum... Achso. Bisschen zerfleddert die Typen, wa? Da kamen die her, ne? Ich glaube, denen geht es nicht mehr so gut. Aber wie viel ich tragen kann? Kann ich alles verkaufen? Hm? Ich fürchte allerdings, dass das nicht die einzigen Gegner waren. Deswegen wechsle ich jetzt mal die Waffe. Vielleicht wäre das sogar noch eine ganz gute Idee. Phasenschneider. Ähm... Auf diese Waffe hier zu wechseln. Also das hier, diese Option ist kacke gemacht. Das haben die echt scheiße gemacht. Das ist auf... Na gut, ich habe ja auch die Steuerung gewechselt, ne? Okay, erstmal klauen wir hier alles zusammen, was wir kriegen können. Verkaufsautomat. Kannst du mir... Oh, leichte Pistolen. Kannst du mir Sachen verkaufen, die Wasser beinhalten? Wo ist dein Verkaufsautomat? Ich seh die nicht. Ich find hier nur Leichen. Das heißt, der Typ hatte immer recht gehabt. Ah, das ist er. Er hatte recht. Die Roboter wollen uns umbringen. Oh. Interesting. Wieso bist du so wertvoll? Was sind sie gar nicht? Was hat dieser Diamant zu tun? Hä? Keine Ahnung. Ich verkauf sie. Einfach mal. So. Sturmgewehr. Brauche ich auch nicht. Sturmgewehr. Automarkpistole. Stufe 9. Ah, die verhalte ich erstmal. Ja, und ich muss mich nochmal angucken. Stufe 7. Behalten wir das erstmal. Stufe 2. Jagdgewehr. Ja, ja, ja. Soll ich doch. Finden wir wieder. Brauche ich aber nicht. So. Du kannst weg. Und. Vielleicht sollten wir den behalten. Einfach nur aus Sicherheitsgründen. Und dann der ganze Schrott hier. Na ja, komm. Zack, 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 zack. Schon wieder tausend Kröten. Junge. Gib mir Wasser. Bist du Wasser? Irgendeine Soße. Ich brauche aber Wasser. Was habt ihr denn noch hier? Ach, das was ich ihm verkauft habe. Aber ja, verkaufst mir für tausend zurück. Ist okay. Kann ich mit Leben. Nein, kann ich nicht. Energiezelle, schwere Munition, leichte Munition. Okay, ich dachte, es gibt noch mehr Typen. Ist hier kein Wasser? Ration Pille. Null Geschmack Kohlenhydrate plus 200%. Ich will Wasser. Oder gib. Ja, halt's Maul. Gib mir eigentlich ein Apfel Wasser. Nur mal so gucken. Öh, nur Nahrung. Wieso ist es so schwer, hier an Wasser reinzukommen? Vor allem, wenn ich weiß, was Wasser ist. Bist du Wasser? Ah, pures Wasser. Alles klar. Gib mir drei Stück. Okay. Waffenteile. Ich liebe, dass ich hier zu viel tragen kann. Ist einfach the best. Okay, ein Computer, der nicht funktioniert. Stürmegewehr, das ich verkaufen kann. Und oh, heck. So, Sicherheitszaun deaktivieren. Was mir das auch bringt. Protokolle anzeigen. Fehler, ja cool. Hat sich ja gelohnt. Jetzt kann ich endlich hier reingehen. Na gut, ich hoffe, dass diese Waffe gut gegen Roboter ist. Wobei ich, glaube ich, eher Schockwaffen bräuchte. Aber gut. Oh, ich kann speichern. Das ist schön. So, Leute. Bevor wir uns aber hier austoben, würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Und dann laufen wir hier ein bisschen rum und verkaufen gleich erstmal ein paar Sachen. Und hier sind auch wieder Roboter und so ein Kram. Mal gucken. Haut rein. Euer Seo. Tschüss. Tschüss. Untertitelung des ZDF, 2020